100.000 Euro und lukrative Nebenjobs sollen Journalisten der Sunday Times getarnt als Lobbyisten dem EU-Abgeordneten Ernst Strasser angeboten haben. Die Gegenleistung eine Gesetzesänderung. Konkret ein Änderungsantrag für ein Anlegerschutzgesetz im Europaparlament, den Strasser tatsächlich an seinen dafür zuständigen EU-Kollegen Ottmar Karras weitergeleitet hat. Mit dem Argument. Jemand wollte mich bestechen. Wie ich dahinter gekommen bin, oder wie ich eine Vermutung oder eine Verdächtigung hatte, habe ich das professionell prüfen lassen. Die Vermutung war von den Experten, dass es um irgendeine geheimdienstliche Angelegenheit ginge. Wenn Sie vermutet haben, dass der Geheimdienst es auf Sie abgesehen hat, hätten Sie da nicht Ihre Kollegen Heller Ranner und den Herrn Karras zumindest warnen müssen? Die Frage ist berechtigt. Ich muss aber dazu sagen, dass es, nachdem ich nicht genau wusste, wie das ist und was das ist, war es meine Absicht, die Kollegen zu schützen. Schützen? Ottmar Karras spricht vielmehr von massivem Druck. In vier E-Mails und acht Anrufen soll Strasser auf diese Gesetzesänderung gedrängt haben. Erfolglos, wie Karras heute ausrichten lässt. Der Antrag wurde trotz Urgänzen, also Drängen, abgelehnt und damit unterbunden. Ich habe niemals ersucht, irgendetwas einzubringen. Aussage gegen Aussage und mittendrin ÖVP-Chef Josef Bröll, der selbst, Zitat, von einer dubiosen Geschichte spricht.